Willkommen in meiner Red Kitchen. Ich bin die Sonja und heute geht es weiter mit meinem Fingerfood. Und zwar habe ich mir überlegt, ich mache auch was mit Fisch und zwar mit geräucherter Forelle und zwar Forellenpasteten. Und dazu backe ich mir zuerst aus Blätterteig die Pastete und dann wird das ganze gefüllt. Und dazu brauchen wir Radieschen, ein geräuchertes Forellenfilet, an Gewürzen habe ich mir besorgt Estragon und Dill und dann brauche ich noch Blätterteig, den gibt es im Kühlregal und dann habe ich mir noch hergerichtet ein Eigelb und eine Gewürzgurke und dann brauche ich noch Mayonnaise, einen mittelscharfen Senf und natürlich Salz und Pfeffer. Zuerst muss ich meine Pasteten backen. Dazu steche ich Kreise aus dem Blätterteig aus und aus der Hälfte der Kreise steche ich noch mal Ringe aus. Meine Kreisteige bestreiche ich dann mit dem Eigelb, das habe ich mit einem Esslöffel Wasser verrührt und dann setze ich meine Teigringe auf die Teigkreise und anschließend werden die noch mal mit dem Eigelb bestrichen. Die Pasteten backe ich dann bei 200 Grad Ober-Unterhitze für 12 Minuten im Backofen. Für die Füllung verrühre ich dann Mayonnaise und den Senf und dann wird dieses noch mit Pfeffer und Salz abgeschmeckt. Die Kräuter habe ich abgezupft und dann hacke ich sie und gebe sie in die Mayonnaise. Zuletzt schneide ich dann meine Gewürzgurke und die Radieschen in ganz kleine Würfel. Das geräucherte Forellenfilet hacke ich auch ganz klein. Passt es auf, dass keine Gräten mehr drinnen sind und danach wird das Ganze dann unter die Mayonnaise gehoben. Die Blätterteig-Pasteten fülle ich dann ganz kurz vor dem Servieren mit der geräucherten Forellenmasse. Dann garniere ich diese noch mit einem Dillzweig und das ist ein ganz tolles Fingerfood. Die letzten beiden Wochen habe ich euch ja schon Fingerfood gezeigt und ich möchte noch darauf hinweisen und habe mal in meinem Archiv gekramt, ich habe dann noch ein Avocado Mango-Tartar und gratinierte Jakobsmoscheln zu bieten. Ich freue mich, wenn es nächste Woche wieder zuschaut. Ciao, eure Sonja.